Also ja, dass er Silberbarren dafür braucht, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Scherz. Noch mehr Silber. Kupfer und Charcoal. Jetzt bin ich mal gespannt, erstens wie viel da rauskommt. Und zweitens, für was es gut sein soll. Oh, es ist schon Sterling Silver rausgekommen. Making Furniture und Building, okay. Aus normalem Silber kann ich nur Waffen herstellen. Iron Arrows, die könnte ich alle einschmelzen. Iron Anvils könnte ich theoretisch auch einschmelzen. Ich habe jede Menge Iron Breast Plats, das ist gut. Und Iron Chain Mail habe ich auch sechs Stück. Und jede Menge Iron Bars. Ich könnte zum Beispiel die beiden einschmelzen. Ich könnte unter Munition die ganzen Arrows einschmelzen. Helme nicht. Chain Leggings auch nicht. Schilder auch nicht. In Tisch sicher nicht. Weapons, ja. Short Sword, Maze. Und die ganzen Iron Bows. Können wir einschmelzen. Können wir mal kurz gucken. Pikes wären VN, also mit denen können wir nichts anfangen. Also können wir auch die Iron Bike einschmelzen. Porset Battle X. Silver Warhammer. Die Pikes nicht, nein. Copper Bows. Silver und Copper Mall können wir einschmelzen. So, Mad Metal Object, noch mehr Charcoal. Wobei, ich habe ja extra einen Task gemacht. Dr's GelTeil. Der. So, dann können jetzt mal fleißig die ganzen Metal-Objects, die wir nicht brauchen, eingeschmolzen werden. Das war die falsche Taste. Hm. Hm. Gucken wir nochmal, I-Win. I-Win-Helms bräuchten wir noch vier Stück. Gauntlets, I-Boots, Breastplats haben wir schon genug. Wir brauchen noch vier Chain-Mails. Also Breastplate könnten wir, Male Shirt, Highboot, Herm, Greaves. Wobei, da fällt mir ein, die Low-Boots können wir drin, äh, können wir behalten. Äh, Footwear. Ah, ich weiß, wir könnten irgendwann mit dem Layering anfangen, aber irgendwie ist das Layering für mich Power-Gaming. Äh. Also ja, ich müsste wieder nachgucken, weil das kann ich mächtig merken, dass ein Zwerg drei oder vier Lederrüstungen, zwei Chain-Mails und dann noch eine Breastplate tragen könnte. Außer sie haben es in der Steam-Version mal rausgenommen, was ich nicht, ne, gar nicht mal so schlecht finden würde. Hm. Ah ja. Rechts, links, rechts, links, 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 rechts, 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 also wir haben eigentlich nur, ähm, fünf Paare Iron Gauntlets, wir bräuchten dann also nochmal. Gucken wir mal kurz, wenn wir Iron Gauntlets, Portsch, Kommt da gleich ein Paar raus oder kommt nur einer raus? Linke und rechte, das heißt, wir haben jetzt... Ja, zwölf. Genauso viele linke wie rechte. Mhm. Ja, und der Eisenhelm ist für Goblins gemacht, ey. Da wie... Wie sieht es eigentlich aus mit Shields und Bucklers? Dog-Bone Shield, Leather Shield... Achso, das liegt alles hier draußen rum. Mann, ist es vor der Stadt blutig. Das ist natürlich... so wir haben gerade keine barrels mehr zur freien verfügung es ist interessant dass die kisten da umstehen eigentlich habe ich gesagt ihr könnt da alles reinpacken was in diesen kisten gerade drin ist na gut dann lasst es gerade mal da stehen so 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 Hier liegt alles möglich hier oben. Also ja, ich habe mal geguckt, wenn wir mit der Aufnahmesession fertig sind, haben wir 99 Folgen. Vergesst die 900. 900 wäre echt übertrieben. Also 33 Stunden hocken wir dann schon an diesem Forum, was schon recht beeindruckend ist. Ja, weil ich keine Ahnung habe, wie es dann weitergehen soll. So ja, ich könnte noch tiefer in die Erde buddeln. Wir sind ja jetzt gerade mal erst bei minus... 9 so angekommen. Das hier könnte ich mal wegnehmen. Also könnten wir hier reingraben. Wie sieht es eigentlich oben bei unseren Feldern aus mittlerweile? Ah, hier ist alles mit den Straßen geflastert. Gut soweit. Ach, herrjebenne. Copper Bowls completed. Der ist immer noch depressiv. Wir haben viel zu essen hergestellt. Warum kämpft der X-Bow? Okay, jetzt kämpfen die Hunde schon gegen die X-Bows. Was ich geil finde, ich kann über diese Nachricht nicht den Hund auswählen, der gerade kämpft. Weil wenn da ein Problemhund ist, leider muss ich es so sagen, dann könnten wir den eigentlich loswerden. Aber nein, können wir nicht, weil wir nicht wissen, welcher es ist. Was macht ihr gerade so hier? Ah, Fischen. Das sehe ich. Ah, du... Fuck. Äh... Ja. Hierhin. Hier. Hierhin. Ne, den Lever ziehen, bitte. Bitte. Wo rollt ihr hin? Sieht den Lever. Ich gucke. Danke. Äh... Ernst- Na. ancajum. Han. Der Herr. Das ist... einfach. Ach, dein Lever. Oder boter vorbei. Ich gucke. video. Y Escape. Ich gucke. Ich gucke. Hier. Das ist... Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Y tue. Ich gucke. Ich gucke franc Connor. Él. 氨. Und. Ich gucke. Hier könnt ihr das mal wieder abziehen. Das war auch so ein Fehler von mir. Das war auch so ein Fehler von mir. Ich finde es immer lustig, dass die Elfen mit einem Haufen Tieren angreifen.